Ich bin der Thomas Dormeyer, der Veranstalter von der Hochzeits- und Eventmesse in Markt Oberdorf. Mit diesem Video möchte ich euch ein bisschen was von der Messe erzählen. Hier finden Sie eine riesen Auswahl an Hochzeitskleidern. Um euren Hochzeitstag wirklich perfekt zu machen, kommt zu uns auf die Messe und holt euch viele Tipps von den zahlreichen Ausstellern. Bei uns auf der Modenschau gibt es nicht die traditionelle Brautmode, sondern auch einen Einblick zur Herrenmode, Cocktailkleider oder auch zur Kommunion. Es gibt neben der Messe noch viele Highlights, wie die kostenlose Kinderbetreuung, Probieraktionen und vieles mehr. Als Veranstalter ist es mir wichtig, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Wenn ihr heiraten wollt, kommt zu uns auf die Messe und holt euch eure Inspirationen für den perfekten Hochzeitstag. Genießen Sie den Tag für die ganze Familie. Alle Infos und Fotos finden Sie auf unserer Homepage www.hochzeitsmesse-allgäu.de www.hochzeitsmesse-allgäu